Zu einer neuen Folge und jetzt ist die erste Folge Rainbow Six Siege auf meinem Kanal. Ja, vorab ich bin der Robert, bin 16 Jahre alt. Ja, und bin leidenschaftlicher Rainbow Zocker. Ja, und wir werden jetzt hier die Runde gewinnen. Ich werde es wahrscheinlich nennen, irgendwie Row to 25.000 ansehen, oder Row to Echo oder so, oder To Ace. Mal sehen. Ich bin ein bisschen krank unterwegs. Zeit für einen möglichen Schuss. Das Gerät ist nicht. Die Wand ist sicher! Die Wandverstärkung ist fast fertig! Stacheldraht in Position! Es bleiben noch 10 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat in den Geh-Gefahrgut-Behälter gefunden. Noch 5 Sekunden. Die Drohne in den Geh-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Wie langweilig! Das kann die Yokai übernehmen. Fuck, dass Ich vergesse, dass ich das rauskriege, so eine Scheiße. Feinde gefunden. Barrikade fertig! Oh, da werden die Lappen kommen. Oh. Die sind hier. Oh. 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 Den Bio-Gefahrgutbehälter beschützen. Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters unter der Seite aushalten. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps, die Gegner hat sichert den Behälter. Die Gegner hat sichert den Behälter, eigener Trupp eliminiert, Mission gescheitert. Scheiße, hätte ich den gehabt, Mann. Fuck. Mann, Mann, Mann. Ficken. Warum habe ich den nicht gekriegt? Scheiße. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Ich hab's nicht abonniert mich auch, ich würde mich freuen, ob ich die Beispiele sonst werde ich die Videokappe abpasst. Ja, es werden die Artikel, die zu Videos kommen. Wenn ich irgendwas verkehrt mache oder irgendwas verbessere, schreibt sie in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Ja, der Punkt war sehr korrekt. Einsatz in fünf Sekunden. Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Bio-Gefahrgutbehälter. Ja. Aber dadurch noch 14 Abonnenten. Dank. Na ja, was heißt Dank? Ich lege einbeschissen worden. Ich komme nicht wieder. Ich weiß gar nicht, aber... Sprengladung in Position. Tastdrohne wird gestartet. Sprengladung ist vorbereitet. Geht's jetzt nur... Sie haben den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Achtung, Explosion! Gitar! 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 Fuck. 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 Nicht chasen! Feindliche Aktivitäten Feindliche Aktivitäten Bedrohung neutralisieren Nein, wir sind auf der Treppe, nein Scheiße, egal Letzter verbleibender Gegner Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Feindliche Aktivitäten Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist 15 Sekunden 10 Sekunden übrig Es bleiben noch 5 Sekunden Oh bitte, ihr quittet uns hier Ach, dann verlieren wir die Ich verlieren die Runde Wir sind hier, das ist auch Das verlieren wir hier Da ist es vielleicht Oder was Das ist vielleicht Das war's für heute. Korn schönige Runde auf und verlieren scheißegal Kopf hoch Kappercloss Den Raum zerbarrikadieren, wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Die Wand ist befestigt Störsender Keine Sorge mehr wegen der Karnaten AVS ist platziert und einsatzbereit Ich platziere ein AVS Setze Störsender ein Zehn Sekunden Störsender bereit Es bleiben fünf Sekunden Oh Gott Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt Weiterhin absichern Tür verrammet Lade nach Lade nach Lade nach Ziel lokalisiert Feinde gefunden Erdgeschossen Feinde entdeckt Feinde gefunden Ziele aufgespürt Feinde gefunden Feinde lokalisiert Ziel lokalisiert Ziel lokalisiert Ziele aufgespürt Ziele aufgespürt Ziele aufgespürt Was ist das? Gefahrgutbehälter aufgespürt Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter Mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert Schön! Was ist das? B Au denk wischen Das ist das Mal die Vielen Dank.